Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum DAX-Check heute am Montag. Es dürfte ein verhalten positiver Start in die neue Handelswoche sein. Wir sind ja am Freitag bei 12.908 Punkten aus dem Handel gegangen. Der DAX wird etwas höher erwartet. Es gibt ganz positive Neuigkeiten aus China. Die Zahlen zum BIP haben zwar die Erwartungen nicht ganz erfüllt, aber es gibt ja positive Kommentare aus der Industrie, vom Einzelhandel und das macht Hoffnung auf eine konjunkturelle Erholung im wichtigsten Markt der Welt. Dann haben wir von Pelosi aus Amerika, der Chefin der Demokraten im Repräsentantenhaus, positive Hinweise auf ein Konjunkturpaket noch vor den Wahlen bekommen. Als neue Deadline gilt morgen, Dienstagabend. Müssen wir abwarten. Und dann haben wir natürlich die Earnings Season. Auch hier ist die Hoffnung, dass die Zahlen durch die Konjunkturerholung im dritten Quartal deutlich besser ausfallen als vielleicht von den Analysten erwartet. Wir sehen die ersten Kurse. Wie gesagt, positiver Start in die Handelswoche. 12.89 sind wir jetzt schon. Dann damit über der wichtigen 50-Tage- oder verhältniswesentlich wichtigen 50-Tage-Linie. Wir sind wieder Kurs 13.000 Punkte. Nächster massiver Widerstand. Das werden wir uns gleich mal hier im Chart anschauen. Eben schon sehr, sehr oft thematisiert. Die 13.000. Sollten wir die überwinden, dann gibt es wieder Anschlusspotenzial bis hier in dem Bereich 13.160. Auf der Unterseite hatten wir ja gesagt, dass der Bereich um 12.9, dann die 50-Tage-Linie, die wir hier leider nicht sehen, dann hier im Bereich 12.8 auf der Unterseite eben eine Rolle spielen. Aber die Tendenz zeigt wieder nach oben. Nachdem es ja letzte Woche am Donnerstag gar nicht gut aussah, wir ja kurzzeitig auch auf der Short-Seite waren, sind dann wieder mit einem leichten Gewinn ausgestoppt worden am Freitag mit der starken Kurserholung, wo wir auch das Gap, das wir am Donnerstag aufgerissen hatten, bei 12.09, 75, das haben wir jetzt heute geschlossen. Wie gesagt, auch das ist ein positives Signal und wir sehen, die Erholung geht weiter. Die Hoffnung auf ein Konjunkturpaket bleibt bestehen und wir sind wieder über der 13.000. Möglicherweise werden wir hier prozyklisch dann mal vielleicht eine neue Long-Position eingehen. Wir haben in den letzten Monaten gesehen, bei 12.5 sind Kaufkurse, bei 13.3, 13.4 Verkaufskurse. Möglicherweise nehmen wir dieses Potenzial da noch mit. Aber dazu mehr an die Abonnenten per E-Mail. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handelstag. Bleiben Sie gesund und bis morgen. Tschüss.